Herr Dr. Bauerfeind, wir sind hier in Wien beim 16. St. Gallener Konsensusmeeting 2019. Wir kommen gerade von einer Sitzung, da wurde berichtet über die adjuvante antihormonelle Therapie der postmenopausalen Frau, also der Frau nach den Wechseljahren. Worum ging es dabei? Es geht um die medikamentöse Therapie des Brustkrebs. Es geht darum, welche Arten der Therapie nach der Operation für die Patienten noch gegeben werden sollen. Da gibt es Chemotherapie, da gibt es Antikörpertherapie und eben ein großes Standbein der Behandlung des Brustkrebs ist die sogenannte antihormonelle oder auch endokrine Therapie. Und die wird allen Patientinnen empfohlen, die einen Hormonrezeptor positives Mammakarzinom haben, das heißt einen hormonempfindlichen Brustkrebs. Das bestimmt der Pathologe am Gewebe und dann kriegt man eben den Rezeptorstatus, wie das heißt. Und dann wird allen Frauen eigentlich empfohlen, dass sie für mindestens fünf Jahre eine Antihormontherapie nehmen sollen. Die Daten, die wir haben, es gibt zwei Arten von Antihormonen. Das eine ist eine Blockade dieser Empfängerstelle, eine Rezeptoblockade. Das Medikament heißt Tamoxifen. Und eine andere Wirkstoffgruppe, das sind die sogenannten Aromatasehemmer, die verhindern, dass Östrogene entstehen, die ja nicht nur in den Eierstöcken entstehen, sondern auch im Fettgewebe, im Lebergewebe. Und dass man den Frauen mit einem niedrigen Rückfallrisiko, da gibt es Prognosefaktoren, würde man eher auch noch das gute alte Tamoxifen geben für mindestens fünf Jahre. Oder eben beim mittleren oder höheren Risiko mit den Aromatasehemmern beginnen. Wichtig ist vor allem mindestens fünf Jahre. Wenn Sie sagen mindestens fünf Jahre, gibt es auch eine Option, es länger zu nehmen? Oder sollten bestimmte Gruppen von Frauen es länger nehmen? Mindestens impliziert, dass fünf Jahre am besten wäre. Aber es gibt eine Untergruppe von Frauen, Frauen mit einem Tumor, der mittlerweile schon sehr groß war oder der auch schon Lymphknotenmetastasen gemacht hat. Das sind die Frauen, die wir als höheres Rückfallrisiko bezeichnen. Und diesen Frauen würden wir empfehlen, dass man versucht, wenn es für eine Nebenwirkung erträglich ist und für eine Lebensqualität, dann doch auf zehn Jahre antihormonelle Therapie eine Tablette pro Tag zu steigern. Das ist dann, wenn ich mit einem sogenannten Aromatasehemmer angefangen habe, mache ich dann auch die weiteren fünf Jahre mit einem Aromatasehemmer? Nein, ich würde tatsächlich nach fünf Jahren wechseln auf das Tamoxifen oder sie hat mit Tamoxifen begonnen, dann würde ich wechseln auf den Aromatasehemmer, damit sie einfach beide Wirkmechanismen tatsächlich bekommt. Es kann aber durchaus sein, die Frauen gibt es immer wieder, die einfach von Tamoxifen auf Aromatasehemmer umgestellt werden, das überhaupt nicht vertragen. Dann würde ich sie wieder zurück auf Tamoxifen, Hauptsache sie nehmen es länger und das gilt auch für die anderen Medikamente. Sie fängt mit Aromatasehemmer an und verträgt Tamoxifen nicht, dann lieber Aromatasehemmer, wobei da es nur Daten gibt, dass es maximal 7,5 Jahre gegeben werden soll. Das ist das Ergebnis von verschiedenen Studien, dass man da eben auf siebeneinhalb Jahre gekommen ist. Aber wir nennen das die erweiterte adjuvante Endokrinotherapie und das sollten Frauen haben mit einem hohen Rückfallrisiko. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.